Hallo zusammen. Hallo, André. Oh, Daisy, jetzt ist echt schlecht. Ich will dich eigentlich gerade vorstellen. Oh, sorry. Bis später. Okay, das war Daisy, ja, eine künstliche Intelligenz. Ihr wisst jetzt schon, was ein Sprachcomputer ist, das ist Daisy auch. Aber in ihr tickt nicht ein tiefes, neuronales Netzwerk, sondern ein ganz anderes, cooles, spannendes, und das möchte ich euch heute vorstellen. Aber um Daisy richtig gut zu verstehen, möchte ich erstmal kurz über Lernen sprechen. Ja, Lernen, wir alle tun es irgendwie, und manche tun sich damit leichter, manche schwerer. Genau, aber irgendwann haben wir vielleicht auch mal das gesehen und gelernt, was für ein Tier das ist. Was ist das denn? Ideen. Ein Leopard. Jaguar, ein Jaguar. Aber das kam jetzt auch nicht so direkt aus jedem rausgeschossen, obwohl man das üblicherweise mit vier Jahren beim Zoobesuch irgendwann mal lernt. Deswegen jetzt nochmal für alle, ja, Jaguar, ich zeige euch das Bild. Wir lernen das jetzt, wie so ein Kind das lernen würde. Hier zeige ich euch das Bild eines Jaguars, und ich sage euch, das ist ein Jaguar. Diese Information kommt über die Augen und die Ohren in euer Gehirn an, wird dort verarbeitet, und ein Output wird erzeugt, zum Beispiel, ah, das ist ein Jaguar. So, was passiert denn eigentlich in diesem Gehirn, das über 100 Milliarden von Nervenzellen in sich trägt? Das sieht eher so aus. Da kommt dieser Reiz rein, übers Auge, und dann wird dieses Feuerwerk, von dem Robert gesprochen hat, ausgelöst. Und das wird dann weiter und weiter übertragen auf andere Neuronen. Und am Ende sind wir ein Jaguar, und wir haben ein typisches Muster von Aktivität im Gehirn. Und dieses Muster kann das Gehirn abspeichern und lernen. Ich benutze nicht eher den Ausdruck Feuerwerk, aber eher Party. Ja, ich sage, die Neuronen sind dann richtig aktiv, die feuern wie wild rum, aber das auch nur, wenn man so einen Jaguar wirklich oft gesehen hat. Und dann geht's ab. Ja, wenn dann plötzlich mal ein Jaguar zu sehen ist, dann... Und wenn man einen anderen Jaguar sieht, dann läuft vielleicht... Anderer, irgendwie eine andere Party ab. Aber es ist ein eigenes Muster, was da zu sehen ist. Und dieses Muster wird als dieses Auto hier abgespeichert. Gut, testen wir nochmal eure Lernkapazitäten, um zu sehen, wie es läuft. Ich habe extra eins ausgesucht, was so ein bisschen schwer ist. Können wir einen Jaguar von einem Leoparden unterscheiden? Und ich zeige euch jetzt ein paar Bilder. Und ich möchte, dass ihr jetzt dann, wenn ich den Arm jeweils hebe, mir sagt, ob das ein Jaguar oder ein Leopard ist. Üben wir das mal? Okay, das sind zwei Bilder hier. Sehr gut. Und ich möchte auch die Leute im Nebenraum hören. Also, los geht's. Was ist das? Ihr seid gut. Ihr seid sehr gut. Machen wir mal weiter. Vielleicht entwickelt sich das ja noch. Was ist das? Leopard, Jaguar, Jaguar. Was ist das? Ja, ein Leopard. Nein, ein Leopard. Was haben wir hier? Jaguar. Ja, irgendwann muss ja ein Jaguar wieder kommen. Was ist das? Jaguar. Ihr seid gut. Wahnsinn. Super. Wir wissen jetzt, wir können jetzt einen Leoparden von einem Jaguar von einem Jaguar unterscheiden. Super. Aber wie macht das Daisy mit der Stimme? Wie funktioniert das da? Und jetzt mal spiele ich euch was vor, so wie Daisy ein Wort hören würde. Wir hören uns das mal langsam an. Rustikal. Hat jemand das Wort verstanden? Hey, sehr gut. Ich spiele es noch mal ein bisschen schneller. Rustikal. Und jetzt mal als Ganzes. Rustikal. Genau. Ja, jemand hat es da erkannt? Wer war das? Ah, super. Ja, also, aber nicht alle haben es erkannt. Ja, es ist ein bisschen schwierig, das zu machen. Und das Entscheidende, der hier ein Unterschied zu den Bildern ist, hier müssen wir die Information über die komplette Zeit verstehen. Wir können erst ganz am Ende dann überhaupt einen Sinn aus dem Ganzen machen und sagen, okay, das ist das Wort rustikal. Beim Bild haben wir sofort die komplette Information zu sehen. Gut. Also, wenn ich nur ein dieser Töne höre, hilft mir das nicht. Ich muss alle hören. Okay. Und das heißt, es gibt für jedes einzelne Buchstaben eine Party. Yeah, U, S, T, I, K, A, L. Alles Partys, die hier abgefeiert werden. Und die sogar in der Sequenz, die müssen alle dynamisch gelernt werden. Das heißt, wir brauchen ein Gedächtnis. Und da kommt das R, Randheitsinformation, und wird im Gehirn verarbeitet und dort gespeichert. Dann kommt das nächste, das U. Und dann kommt das nächste dazu. Und so wird unser Gedächtnisspeicher, das Kurzzeitgedächtnis, merkt sich die Wörter oder diese Töne und am Ende werden sie dann zu einem Sinn vervollständigt. Wie? Gut. Wir haben dieses komplizierte Gehirn. Und bis jetzt tüfteln immer noch Neurowissenschaftler daran, um genau auch die Verbindung zu verstehen von dem, was da drin passiert, von dieser Aktivität und dann diesen Konzepten, die wir am Ende daraus lernen. Deswegen haben wir jetzt gesagt, wir machen das irgendwie, abstrahieren das und machen ein simples Modell daraus und nehmen einen Teich. Da ist Daisy, warum ein Teich? Wenn ich da Sachen reinschmeiße, da wird die Information auch gespeichert. Und wie wird die in diesem Teich gespeichert? Anhand der Wellen, die sich ergeben, kann ich sehen, wo ich was reingeschmissen habe, wie schwer es ungefähr war und wie schnell ich es reingeschmissen habe. Die Information wird hier auch gespeichert und sie breitet sich hier auch aus. So wie vorhin, wenn ihr euch erinnert, das Signal im Gehirn sich ausgebreitet hat. Gut. Und was schmeiße ich so in einen Teich am besten rein? Was soll das Input? Ich kann auch mit dem Teich reden. Ich kann laut pusten. Aber das wird auch nicht so viel tun im Teich. Was schmeiße ich da eher rein? Ein Stein. Ja, immer gut, wenn es um Wissenschaft und Forschung geht. Aber in diesem Fall tatsächlich ein Stein. Und der Stein und der Teich sind zusammen das etwas feuchte neuronale Netzwerk, wie ich das gerne nenne. Ich bin dynamisch. Ja, das bist du, Daisy. Du bist dynamisch, denn bei dir benutzen wir nicht nur einen Stein, sondern mehrere Steine. Ja, und diese Steine stehen jetzt hier für die ganzen Buchstaben. Also eigentlich für die Laute, für das Wort rustikal. Und die schmeißen wir dann rein in diesen Teich. Und hoffentlich sehen wir da so gut aus wie die zwei Damen. Das sind aber Vollprofis. Das sind Bilder hier von der zweiten Steinwerfer-WM in Warps, die ich online gefunden habe. Tatsächlich. Und die höchste Hüpferzahl, das nur am Rande, war hier sechs. Das nur am Rand als Information. Wir machen jetzt weiter hier mit den Steinen und schmeißen die rein. Und wie schaut das dann aus? Also wir haben da diesen Teich, der ist allzeit bereit wie das Gehirn für neue Reize und Input. Und dann, ah, da ist schon irgendwas reingefallen. Das war, glaube ich, ein Blatt. Ah, da ist ein Stein. Und dann kommt der nächste Stein. Die Wellen bilden sich. Ihr seht, die Wellen auch von dem zweiten und vom dritten Stein interagieren zusammen mit der Wellen von davor. Das heißt, alle Information ist da drin immer noch enthalten. Das ist das Gedächtnis von diesem Teich. Aber weil es so schnell war, machen wir einen super Replay. Hier ist das R, wird reingeschmissen. Und dann treibt es nach außen hin. Da kommt das U dazu. Und ihr seht, die Wellen sind alle noch da. Und das S auch. Und ihr seht, damit sind die ganzen neuronalen Aktivitäten gemeinsam im Netz. So wie im Gehirn auch. Und so können wir sequenzielle Informationen lernen. Und das ist das Bild, wenn alles da ist. Hier sind manche Wellen schon nicht mehr so gut zu sehen, weil sie schon ein bisschen weggetrieben sind. Aber das reicht uns. Wir machen nämlich von dem Ding ein Foto. Und das ist, wie wir das Ganze simplifizieren. Wir nehmen ein Foto. Wir haben diesen tiefen Teich eigentlich da. Das Gehirn als tiefen Teich modelliert bis ganz nach unten mit dem ganzen Wasser. Und wir sagen jetzt, nee, wir wissen nicht genau, wie das Gehirn funktioniert. Wir wollen nicht das ganze Gehirn modellieren, sondern wir nehmen einfach einen zufälligen Teich. Dann machen wir ein Foto von der Information und lernen dann auch nur die Aktivität an der Oberfläche. Das kann man sich so vorstellen, dass ich mir hier eben stichprobenartig nur ein paar Neuronen raushole. Das heißt zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendwie in meinem Blog ein paar Leute frage, hey, geht ihr auf die Party? Dann muss ich nicht den ganzen Blog befragen. Ich befrage einfach nur ein paar Leute stichprobenartig. Das ist die Idee. Und das ist sehr effektiv, weil ich damit kann ich sehr gut generalisieren und auch sehr gut, damit brauche ich weniger Trainingsdaten, wie vorhin erwähnt wurde, oft in manchen Anwendungen. Gut, also ich habe da hier mein Netz und das kann eigentlich sehr viel, nur eins kann es nicht, es hat kein Langzeitgedächtnis. Ach so, das kommt der nächste Punkt, das kommt danach. Aber erstmal wollen wir uns anschauen, so schaut es eigentlich aus, unsere Daisy von innen. Der Teich war hier eine Analogie für ganz viele Differenzialgleichungen, die miteinander verbunden sind. Und die Steine, ja, die versteht Daisy auch nicht, sondern die bekommt natürlich Zahlen, sie versteht nur Zahlen als Input. Und die Kamera ist, dass eben nur bestimmte Differenzialgleichungen, also bestimmte Punkte ausgewertet werden. Das ist Daisy, sieht sie nicht hübsch aus? Und man nennt sie auch ein Reservoir-Computer. Reservoir, da könnt ihr euch vorstellen, wie so ein Wasserreservoir eben, das ist der Name, der dahinter steckt von diesen Computern. Und da ist die Daisy und jetzt aber kommt hoffentlich ihr ein Satz, den ich vorhin verbockt habe. Na, hast du ein Langzeitgedächtnis? Das habe ich schon. Ja, hat sie. Nämlich, genau, das habe ich ihr mit eingebaut in meiner Forschung, weil manchmal braucht man auch ein bisschen mehr Kontext, um Sachen zu lernen, die ein bisschen weiter nach hinten dauern. Oder zum Beispiel, wenn man den Sinn eines ganzen Satzes verstehen wollen würde, braucht man ein längeres Gedächtnis. André, vergiss nicht, heute, Mama. Anzurufen. Ja, okay, mache ich. Also so ein Langzeitgedächtnis kann auch manchmal ein bisschen nerven. Aber danke, Daisy. Na gut, es kann auch manchmal so ein Gedächtnis ein bisschen störend sein. Zum Beispiel, wenn man Bilder lernen möchte. Also Daisy kann super mit Sprache umgehen oder mit sequentiellen Daten. Ja, Daten, die sich von der Zeit abhängen. Aber Bildern, weil es ein Gedächtnis hat, wenn ich da Bilder reinfeuere zum reinangucken, dann wäre da gleichzeitig ein Jaguar drin, vielleicht nochmal ein Leopard und so weiter. Und dann kann ich wirklich nicht zwischen denen unterscheiden. Dann kommt vielleicht irgendwie sowas raus. Wenn ich ein Foto gemacht habe von dem. Das ist ein Jagu-Part. Ja, dann kommt irgendein Schwachsinn raus, weil sie die Information von den mehreren Bildern zusammennimmt. So wie bei Sprache, wenn sie die einzelnen Töne zusammennimmt. Dankeschön für die Musikeinlage. Und jetzt möchte ich noch kurz am Ende auflösen, weil ihr denkt euch, wie kann man denn diese Biester eigentlich voneinander unterscheiden. Und da habe ich dann auch mal online nachgeguckt, weil ich auch keinen Blastenschimmer hatte. Und habe gefunden, okay, die einen sind so ein bisschen schwerer und haben einen größeren Kiefer und die anderen sind ein bisschen leichter. Und dann habe ich noch was Interessantes, ich glaube in der National Geographic oder so gesehen. Die einen sind arrogant und die anderen heimtückisch. Super, das hilft genial zur Unterscheidung. Aber das jedenfalls so viel dazu. Vielen Dank. Und jetzt wisst ihr auch, warum ich am ersten Bild so am Teich rum saß. Und das mache ich jetzt auch mal weiter. Danke. Tschüss. André Kovac.